Kortbos letzte Buga-Brücke kann wieder betreten werden. Die Vliesbrücke in Neuschmelwitz ist fertig saniert. Sie wurde vor über zwei Jahren gesperrt. Das Geländer und der Boden waren komplett marode. Die Brücke sollte deshalb abgerissen werden. Der Bürgerverein um Michael Tietz hat das aber nicht akzeptiert. Erst hieß es kein Geld. Dann haben wir Ideen erbracht, wie man Eigeninitiative zeigen kann. D.h. eigenes, handwerkliches Können, eventuell auch Sponsoring. Am Ende war es so, dass die Stadt gesagt hat, wir machen das doch im Rahmen von Instandsetzungen. 80.000 Euro hat das insgesamt gekostet. Die Holzbohlen wurden gegen Glasfaser-verstärkten Kunststoff ausgetauscht. Der soll viel länger halten und massiver sein. Auch in das Vlies wird investiert. Das verockerte Wasser wird mit spezieller Technik gereinigt. Das Thema ist, dass ganz viele Ablagerungen sind. Und wir natürlich Sulfateintrag auch aus der Geologie hier im Umfeld haben. Und aus diesem Eintrag heraus, das kennen wir auch aus der Spree, gibt es dann Ausflockungen und deswegen sieht das Vlies auch so braun aus. Und es hatte keine richtige Vliesgeschwindigkeit mehr. Die Arbeiten laufen seit letztem Jahr und dauern bis 2022. Die Stadt Cottbus steckt hier eine Million Euro rein. Die Neuschmelbitzer wird's freuen. Das Vlies ist der Erholungsort im Stadtteil. Mit der neuen Brücke wird dieser weiter aufgewertet. Sie verbindet außerdem zwei Wohngebiete miteinander. Und da.